Was ist das für dich? Als ich reingekommen bin, habe ich mir die ganze Sauberkeit gemerkt. Alle sind freundlich, alle lächeln. Dann habe ich gemeint, ich bin auf dem richtigen Platz. Jeder hat irgendwelche Angst. Aber heutzutage wird alles ohne Schmerzen gemacht. Ich glaube, da brauchen wir keine Angst haben. Ich habe vom Essen Geschmack herausgehalten. Jetzt esse ich und dann spüre ich den Geschmack. Das ist sehr wichtig.